Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen kleinen Demo-Spiel von Artifact Studios in diesem Fall, denn es geht um Dungeon Master Nailbergs? Keine Ahnung. Gibt es auf jeden Fall schon Teile vorher von. Das ist jetzt gerade der neueste. Auch der wurde in der Steam Spielevorschau dieses hervorgestellt und ich würde sagen, wir gucken uns die Demo mal an. Oh Gott, es ist die Musik. Ich weiß gar nicht, ob die laut ist bei euch, aber es ist auf jeden Fall für mich nervig. Ja und wir sind jetzt Angestellter bei Xacta, unserem Meister und unsere Aufgabe ist es, seinen Befehlen zu gehorchen und seine Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, das ist unser Ding. Mal kurz in die Optionen. Es gibt im Moment englisch und französisch. Ist okay. Quality Ultra. Ansonsten Radio. Okay, Radio ist anscheinend Sound. Apply Changes und dann fangen wir mal ein bisschen an mit einem neuen Spiel. Kein Saving Feature, brauchen wir auch nicht. Ich glaube, ich kenne so eine Art Spiele. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, weil das Vorschau-Video komplett anders aussah. Ich habe eigentlich gedacht, das ist so, du baust einen Dungeon und dann laufen die Leute da durch und dürfen. Also so ein bisschen Tower Defense. Ja, irgendwie nicht. Okay, das war ein kurzes Opening. Mal kurz im Zufall. Mal kurz in der Dungeon, ein Dungeon von Naubük hat. Von den Landschaften von Fang hat die Lachen. Ha, das ist lustig. Ich habe nie gehört, als ich es nie über die Zeit von meiner Bitter Warlocks-Sidekicks certificativen. Um, die Zufall sind schwer für die Zufall-Dungeon-Dungeon. Oh, nicht die Befehlen von den Dungeon-Dungeon? With those unscrupulous parasites? Never. But we do have the most insidious traps, the most cunning guards, the most dreadful monsters, and the most remarkable treasures. How delightful. May I look around? No, we've been renovating. The paint's still wet. Ah, too bad. Despite our reputation being well established, I've decided that this dungeon needs to take things to the next level. Yes, yes, the ad made that very clear. And I need more time for my magical research. Certainly. So, about my compensation, I... Well, let's not quibble over trifles. I'm aligned with industry norms. Not to mention, there's the gratification of joining a renowned wizard. I find it good, that this voice is. Yes, of course. May I meet the other members of the team? Well, actually, not today. They're attending a seminar for process improvement. You know what I mean. Process? The clock is ticking, and you're not the only applicant. What's your decision? This is a once in a lifetime offer. I'm interested. Not like I have a choice anyway. No one's hiring half goblins. There's too much discrimination in this sector. All right. I'm in. No. Perfect, perfect. You made the right choice. And now? Yes? Get to work, you rich! I don't pay people to stand around. Uh, yes, master. All right. Let's see. Where is the dungeon staff? What state are the premises in? I'll have a look around the property. Hmm. I wonder if signing this contract was such a good idea. Okay, okay. Okay, klar. VHSD, Maus, Pfeil-Tasten. Man kennt's ja nicht anders. Da sind wir. My guess? Das ist unser Dungeon. Willkommen bei Dungeon of Nihil-Foog. Das ist garantiert anders ausgesprochen, ich weiß es nicht. Ähm, der Dungeon ist in schlechter Verfassung und das ist ziemlich lange. Deine Mission ist, ihn wieder aufzubauen. Mit anderen Worten, mach ihn profitabel. Ähm, wie du sehen kannst, ist deine, was ist nochmal Reputation? Ansehen, oder? Wie du sehen kannst, ist dein Ansehen momentan auf eins, was echt schlecht ist. Dein Ziel ist es, dein Ansehen zu verbessern und Attraktion und so bla. Ah, okay. Select den Meister. Äh, das ist Satkar, der Meister des Dungeons. Wenn seine, ähm... Gott, ich hasse das. Wenn seine Geduld vorbei ist, ist das Spiel vorbei. Wenn seine Geduld nicht mehr ausreicht. Keine Ahnung. Dann kommt sie da. So, da bin ich. Must have been the wind. Das ist ein Essen. Die sauber machen. Und weiß ich nicht, okay. Okay, der ist die, äh... Männchen für alles. Brauchen wir noch ein Minion? Wo ist denn hier ein Minion? Da ist bestimmt ein Minion, oder? Da ist ein Minion, okay. Okay, in hier. Human Cook. Okay. Minion Info. Minions, ähm... Ine. Haben ein... Ich hab kein Wort dafür gerade. Ich lese sowas zu selten und, äh... Mach's auf Deutsch. Haben Beruf, haben Rang, haben, äh... Ne Bezahlung. Und haben halt ne... Ne Rasse, ein Volk, irgendwie sowas. Der ist jetzt in dem Fall Mensch, Koch, hat Rang 8 und kostet mich 20. Rang 1 Minions... Äh... Sind frei. Ah, okay. Ähm... Kriegt Erfahrung beim Arbeiten und erarbeitet sich so neue Ränge. Ja, je höher der Rang, desto effektiver ist er, desto weniger Scheiße baut er. Im Land der Fänge gibt's ein 10-Tage... Äh, gibt's so 10-Tage-Woche. Der Kreislauf, äh... Füllt sich über Zeit, was? Ah, okay. Alle 10 Tage wird halt bezahlt. Und Minions brauchen halt Sachen, also Diener. Die wollen glücklich sein, die wollen gesund sein. Die wollen essen, die wollen sauber sein, die wollen aktiviert sein. Master, if I may, isn't it a bit strange for an evil dungeon to have its tavern open to the public? Ah, yes, well, it's a convenient way to make some money. But I'm not very good at managing it. I see. Well, it could prove to be useful. So, have you finished your little tour? You must be in awe of the grandeur of this place. Ah, yes, I... Well, this dungeon is rather... Unique, that's for sure. But, say, how often do you come by the staff area? Never. I'm a warlock, not a stable boy. All right, that's enough talk. Okay. We'll never be able to retain our staff with such run-down premises, Master. I have no money to spend on a luxury lounge for my lazy servants. Oh, but it's a matter of standards. Take the temple of Wismow, for example. They have 18 toilets just for the servants. Okay. What? Those frauds. Well, do what you must, but don't go overboard. We're not running a hotel. Let's see. We won't get anywhere without bathrooms. For starters, chamber pots and manure heaps are so last century. Mmh. So, Bau-Menü. Ein Duschraum. Bad-Raum. Bad. Keine Ahnung. I told him, I have to put this somewhere in the place. No. Then I would put it here, right? The room has no walls. What? Hä? Can I do it here, or what? That's not a sense. I'm just confused. Can I do it here or something? What? Okay. Select the latrine. So, in the way. With R, rotate. Very intuitive. Very cool. And then we build the... Zeitgang gestoppt oder verschleunigt werden, beschleunige damit das Ding schneller gebaut ist. Jetzt bauen die das, okay. Alles einzeln. Nur zwei Stück. Wenig Bauarbeiter. Die Tür ist doch nicht so halb offen. Das ist doch eklig. Das will doch keiner riechen. Ah, okay, jetzt sind wir da. Okay. Stimmt, ja. Ähm, so. Und so. Und was will er haben? Betten. Eher. Drei, drei, vier. Oh, zwei hätten auch. Egal. Dann kommt mal ran, meine Freunde. Da ist doch schon gar kein Platz mehr für ein Dungeon. Die Hälfte ist ihr Stuff Room. Aber gut. Dann baut man die beiden Betten noch, genau. So. Oh. Oh. Master. Die Zardar angst. Die Verzicht束 haben beide mit dem Knap. Ah, nicht schlecht. Aber sehr armen. Wir müssen uns noch Geld drauf finden. Wenn ich mich reierst, habe ich einen Unterrichter getauschen. Ich hohe. Aber daensitut der Dungeon, nicht sicher wie wir ein Partner entlastet sind. Wenn wir nicht auf den Schnuffen haben, dann wird es dein fault. Entsprechend. Aber ich habe hier gerade gekommen, und, naja, ich serve einen schweigen Wizard, nicht eine Charite. Wir müssen diese Tavern entwickeln, um etwas Geld zu bringen. Ich denke, das ist ein Dungeon. In der Zwischenzeit werde ich zu ein paar periodische Publikationen über das schweige Dungeon-Management vertreten. Wir müssen das aufzunehmen. Ich wundere, ob er weiß, was er macht. Nicht überstehen. Wir wollen das Geld aus den Armen, nicht unser Geld auf Furniture für Trunker. Okay, äh, select die Taverne, ja. Ah, Rooms, okay. Ähm, Taverne zieht Kunden an, die ihr Gold ausgeben wollen. Jedes Item in der Taverne hat, um es gewartet werden und kostet was. Ja, alle zehn Tage, wie auch alles andere. Die, was? Das Summon Orange. Okay, irgendwas mit Maintain-Costs. Nur auf Costume und Depends on the Size, okay. Was ist das? Ah, wir sollen die neu bauen, okay. Weil wir jetzt nur einen Tisch haben, das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig, oder? Wenn ich noch sechs weitere Costume annehmen kann, dann einfach noch einen Tisch hin. Dann passt das doch. Oder? Schon. Ja. Passt. Ein Sechs-Platztisch. Sind die Bauarbeiter? Kommen die von außen? Die bauen bestimmt einfach. Warte, dann bauen wir mal. Danke. Hier sind nur so ein paar Leute stehen, ne. Sie haben uns ein bisschen Gold. Okay. Also ich bin eher noch im größeren Minus als vorher, Kollege. Und jetzt Steuereintreiber. Oh. Oh. für debrief master hey what's with this dull-looking goblin half goblin who is this brute he is the dungeon swordmaster and guard commander so are you back from the retaliatory raid affirmative we made it to target location the so-called temple of wismal enemy ambush fighting 100% loss rate on our side debrief over what you turkey's I was injured six times myself we were expected I'm the guard commander not a marauder this requires specific operational preparation clearly this doesn't speak highly about your abilities who asked you you with a piece of lettuce what's that for the beleidigings you to be max is our new steward that's for you or off maybe I should get a new sword master certainly sir but I'll complain to the guilt of mercenaries and dungeon guards this wasn't in my job description first with a bowels of the great telephone I'm so sick of these union demands beat it both of you I'm going back to my research hmm I think we'd better try to collaborate in our mutual interest sword master yeah affirmative for now you little I mean yes steward okay this failed raid explains why this dungeon is so badly guarded anyone can just waltz in if we want to get rid of adventurers we should deal with slackers first affirmative the downsizing caused by the incursion attempt in the temple of wismal is weighing on staff rotation we must recruit new elite guards guards are expensive I read in dungeons and despots that support role should be outsourced as part of a atomized management of the company's processes don't you mean optimized master silence you know nothing of modern dungeon management vocabulary as for you improve the guard but with no superfluous expenses we could hire a few interns they shouldn't cost us much we'd just have to think about feeding them from time to time affirmative that's it for now I'll bring them up to speed trust me on that attention at ease okay ein wachraum soll her natürlich ein wachraum nehmen wir mal noch mehr geld aus kann ich den hier hin machen könnte ich aber das macht keinen sinn nein das macht keinen sinn geh weg noch mal garthru machen wir den auch hier hin ah so nur eine demo muss ja nicht schön baut was haben wir hier sind das Schränke einfach nur Schränke okay dann zack die spawnen doch einfach kann mir keiner erzählen was okay okay hm wie runtergekommen ist denn schon so guard lockers ah ja wir haben jetzt Platz für vier jetzt kommen angreifer was warum kommen jetzt angreifer sind das angreifer intruders are exploring the dungeon okay kann ich da irgendwie sagen greift die an nö ah einer hat's gesehen okay der wird jetzt aber getötet ja war klar muss ich irgendwas machen weiß es nicht survive irgendwie werden meine kollegen alle getötet okay 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 äh cookjob available oder nee das ist alles und so zwei leute sind gestorben sehr gut ich mache noch mehr minus sehr gut und leichen räumt ihr einer weg schreiber 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 und das schreiber 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 k schreiber Ich bin nicht sicher, dass das die beste Frage ist, um die kompetenten Staff-Master zu retten. Wir müssen auf seine Demandungen hören und sie erfüllen, wenn sie legitim sind. Ich bin nicht interessiert über die Spezifizien. Ich brauche nur dieses Racket geschlossen. Geh mit es, oder du bekommst den Whip! Incidentally, es gibt einen Artikel in Dungeons & Despots über die psychologische Tortur der Mittelmanagement-Minions. So, und in der nächsten Folge gucken wir uns an, warum der Kollege streikt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao!